Hallo, liebe Deutschlernende! Ich mache diese Videos sehr, sehr gerne. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich ein Video pro Tag mache. Ich muss nicht ein Video pro Tag machen, sondern ich will. Und das ist etwas, was viele Leute sich nicht bewusst machen. Viele Leute denken oder sagen auch, ich muss das und das machen. Ich muss aufstehen. Ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss Essen machen. Aber die Wahrheit ist, dass wir gar nichts müssen. Wir müssen gar nichts. Und es ist ein sehr toller Gedanke meiner Meinung nach, wenn man sich dies bewusst macht, dass man nichts muss. Man gibt sich viel mehr Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit, wenn man sich selbst sagt, nein, ich muss nicht das machen, sondern ich will. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und viele Leute haben das aber in ihrem Denken drin. Viele Leute denken, dass sie bestimmte Dinge machen müssen. Aber in Wahrheit müssen wir gar nichts. Und das ist, ja, ich denke, das ist etwas, was einem sehr viel geben kann, wenn man sich das bewusst macht. Weil man dann auch viel lieber die Sache macht. Weil man sich bewusst gemacht hat, dass man das machen möchte. Denn wenn man etwas machen muss, dann macht man es manchmal mit Widerstreben. Man macht es ungern. Aber wenn ich mir bewusst mache, dass ich es machen will, dann ist das eine ganz andere Sache. Und viele Leute sagen das auch über andere. Viele Leute sagen solche Sätze wie, du musst das und das machen. Einmal ist das unhöflich, andererseits ist das auch nicht wahr. Die andere Person muss nichts machen. Und anstatt zu sagen, du musst das und das machen, ist es viel, viel hilflicher zu sagen, ich hätte gerne, dass du das und das machst. Und dann wirst du merken, dass die andere Person auch viel, viel lieber das macht, was du sie bittest. Ja, also das ist so ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist heute und den ich mit euch teilen wollte. Wir müssen gar nichts, aber wir wollen sehr viel. Und wie gesagt, ich muss nicht aufstehen. Ich kann den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Das ist meine Entscheidung. Oder ich kann aufstehen und die verschiedensten Dinge machen. Und alles ist meine Wahl. Und ich denke, das ist sehr... Das gibt mir sehr viel Kraft, dieser Gedanke. Alles, was ich mache, etwas ist, was ich machen will. Okay. Du schaust dir gerade dieses Video an und das ist, was du machen willst. Du lernst Deutsch. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss. Y�. Ygg Vielen Dank.